die das ist ich habe meine er hat sich die inzwischen erst ich weiß ja nicht kommt also die die haben ja die die das ist ein liebster ich hätte jetzt geht das nicht recht ob wir uns bildieren ja das ist richtig geil weißt du was noch cooler ist da wären keine Ladebalken das kannst du eigentlich auch als Pumpmail nehmen so haben wir hier wer muss sterben ich hab grad nochmal erwähnt dass die Grafik glücklich weiter also jetzt sich immens besser aber so im Rahmen der Möglichkeiten von B.O.W. und der Engine sieht die Grafik schon wirklich viel besser aus zurück nach Mardom 100 Quests abgeschlossen TGA, Screenshot, Werth schnitt die alle zusammen aktiviert die Teufelsammer und so und eure Truppen bis zu einer Phase ich bin irgendwie intolerant wieder keine Ahnung wie du da hingekommen bist keine Ahnung Steuerkongole und so Doppelklick und so Doppelklick wie komm ich jetzt wieder da hin? Scheiß die Teufelsammer gehört endlich uns sieh die Macht der Zwillingsklingen des Vertriegers das geht ja auch jetzt die Teufelsammer gehört endlich uns sieh die Macht der Zwillingsklingen des Vertriegers das geht ja auch jetzt die EU also sieh die t die 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 sieh die 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 sieh ja man muss ja auch mal die Zeit nehmen sich ein bisschen anzugucken ne echt cool gemacht auf jeden Fall haben sie hier die 3-3 Augen gelohnt Taubes haben wir es endlich runter, das geht Kohle lasst euch von Schlacht und Fürre Gardon zeigen welche Beute aufbauen ich sehe du kommst gerade rein es stimmt aber du bist sowieso in einer Phase wir sind in der Fall ja siehst du einmal an diesen wenn du bei mir guckst du siehst wie so ein Wirbelbilder oder wie ne Blase oder was auch immer das ist soo dann sehe ich gar nicht bei dir du wer soll denn das jetzt hier zeigen so er hier komm zeig mal was er zu hören wollte ein neuer Tag ah natürlich hier entlang hm 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 das war ich nehme mal ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Diese blauen Astralwandler oder wie die heißen, die es auch schon bei PC gab, da in dieser Nagrand. Ja. Hier ist so ein fettes Vieh, das sieht einfach aus wie eine modifizierte, also das heißt einfach, ich meine klar, es sieht aus wie eine modifizierte, modifizierte Version von dieser Königin aus, auch, nee, Maraudon am Ende. Oder wie so eine fette Teufelsalküre oder irgendwas, keine Ahnung. Aber hat die Schinken oben, oben, äh, wo? Könnte sich aber oben mal die Fingernägel wieder schneiden, vor allem diese kleinen Flügelchen, wie sollen die die tragen? Äh, wo war das denn? Verwendet die verfluchte Schmiede den Narresim, um eurem Artfakt mehr Macht zu verleihen. Okay. Das ist also da unten. Das ist auch wie eine Orgel oder so. Artefakt Macht. Kosten 100 Artefakt Macht. Okay, ich hab 100 Artefakt Macht. Zack, die, bumm. Oh, krass. Wie viel da noch möglich ist, dann, ne? So, kann man Verbindungen erstellen und sowas alles. Siehst du, ich bin eigentlich wirklich fast ins Blaue, äh, irgendwie, also ins Blaue gestürzt hier, ne? Er fesselte der Dämonen, okay, jetzt. Da muss man sich nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Äh, wo denn? Jetzt muss er wieder raus und nach oben, oder? Das muss ich nicht mehr. Ah, ihr neuer Christ. Der Blick des Jägers verwendet den mächtigen Nettertiegel, um einen Blick auf die Truppen der brennenden Legionen in Azeroth zu werfen. Mal reingucken. Kommt bestimmt ein Video oder so, ne? Bist du leise, ich höre dich, komm. Ja, jetzt kommt ein Video. Alter, sieht das geil aus. Das sieht ja aber richtig geil aus, diese Festung, ne? Ja, der Hammer. Ist sie langweilig, oder was? Nein! Ich hab jetzt ein Film geguckt. Fürst Illidan kennt dich. Deswegen war ich ein bisschen weiß. Mhm, gut gut. Was habt ihr aufgegeben? Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Solange alles in Ordnung ist... Ja, stimmt. Jetzt hatte ich aber eben gehört... Achso, weil du was wünschst... Äh, wo ist der jetzt? Über mir, oder was? Ja, wie der hoch ist. Da in die Mitte. Ja, gut, der will gleich zu finden, weil mir lauter Leute entgegenfladdern hier. Den kann man angreifen hier, diesen... Einer ist hier so ein eingekerkterter Zenturio, ne? Achso. Man kann die alle angreifen. Ja, die sind gelb. Also die greifen nicht heran, solange du nicht zu haust, ne? Aber ich weiß nicht, was da passiert. Ja. So, wo ist mein Kollege hier? Da. Adois. Wählt euren ersten Angriffspunkt auf dem... Achso, jetzt muss man auswählen, ja. Auf dem verhärten Insel aus. In der Mitte ist dieser... Dieser Ziegel, ja. Sperrkarte. Ja, Sturmheim. Soll einfacher sein. Ich hab davor, hab ich Azuna genommen. Da ist aber gemischt BVP mit, äh... BVE. Hm. Also nur da, wo ich so oft gestorben bin. Und Sturmheim soll einfach... Also das... Azuna ist wie... Für Hordler und für... Allianz. Und Sturmheim, hab ich gehört, soll nur für einen sein. Also dass das nicht gemischt ist. Ja. Ist natürlich blöd. Eigentlich ist das erst wieder fast zum Punkt, wo ich sage, schade, dass man vier Punkte hat. Irgendwie will man ja... Also, wenn man nur einen hätte, würde man auf jeden Fall alles zeigen, ne? Mhm. So, und jetzt ist es so, man zeigt auf jeden Fall irgendwas nicht. Und ich hasse das... Ich hasse mich entscheiden zu müssen für... Okay, wenn es zwei Punkte wären, wäre es was anderes. Aber es sind ja auch noch vier Punkte, ne? Ich weiß nicht, wie cool die anderen sind. Aber letzten Endes kommst du ja irgendwie da vorbei, oder? Ja. Du kommst ja letztendlich. So, oder so. Naja, okay. Dann, in dem Fall würde ich sagen, wollen wir Sturm malen anfangen? Ja. Gerne. Der will der Gold für? Ja. Und der Fangs. Achso, bekomme ich. Das sind Ballonen. Das sind... Hör, Abzocker. Hör. So, jetzt erst mal wieder raus hier, ne? Abgeben. Ah, ja, ja. Gut, ist abgegeben. Achso, erst mal wieder nach oben und raus. Irgendwie war da noch eins. Ja, ja, da ist man da wieder... Ich würde gerne dieses Vieh angreifen. Keiner greift dieses Vieh an. Welches Vieh? Naja, eingeklackert der Wirker oder diesen Centurio oder so. Doch, jetzt macht's eine. Ich. Ach, du bist das! Das, weißt du, was das ist? Trainings- oder was? Trainings- Das ist ja ein Slavenkugel nie, oder? Das ist ja ein Slavenkugel. Okay, das jetzt ist ja ein Slavenkugel. ja so stimmt wenn alle gleich auch sehen irgendwie ich erkenne dich du wirst mir gar nicht mehr so hervorgehoben weißt du so jetzt seh ich erstmal meine figur wieder nicht mein charakter aber scheiß der köter drauf äh violette zitadelle ach so da müssen wir rein dann nehme ich doch mal in buff ziehen das kann man jetzt in diesem gebiet gar nicht fliegen und wahrscheinlich sind wir wie mit renor irgendwie 20 milliarden erfolge abschließen und dann kannst du eventuell wenn du noch fünf trillion gold berapst immer fliegen und daran in dem alten doch da bin ich immer geflogen doch doch ich bin es doch ich bin in dem alten ich habe sogar videos wo ich da fliege weil ich drüber hinweg fliege das kann man irgendwann aber nicht mehr von anfang an mich das habe ich auch nicht gesagt wir redeten davon ob man da fliegen konnte das konnte man am ende ja mademoiselle am ende wieso wir haben beide recht wenn du jetzt davon ausgeht man konnte nicht sofort fliegen da hast du recht man konnte nicht sofort fliegen ich weiß noch wenn man reingeflogen ist wurde man runter geschmissen ja jetzt zicke nicht rum ne so königliche vorladung gewesen hier ist das portal oberste kuratur ja kann ich nicht benutzen das hier ist das schlankrächtigste schiff der flotte bitte weil du in der schlange bist ich bin eine schlange? wieso bin ich eine schlange? in der schlange ach so nein ich habe das ding nicht gelesen hier ich habe diese Vorladung nicht gelesen ich dachte erst wer weiter oben oh luchtschiff ich höre hier irgendwelche motoren also irgendwie siehts hier drin ach jetzt kommt die texturen und so waren gar nicht da sieht alles ein bisschen sehr charg aus kann zufrieden führen begleitet himmelsadmiralin roger so ma am cool hast du die kanone benüttet? ne noch nicht ich glaub die war nichts und 300 Metern bei voller Geschwindigkeit zerlegen nur zu Juuu bei mir steht immer noch 0 von 1 obwohl ich was auch geklappt hab ja weil man soll sie begleiten diese gemmels Admiralien wie ist die Lage und das machen was sie will salutieren den hier ja die ältesten Männer und Frauen die die Allianz zu bieten hat sie sind auch auf direkten Befehl des Königs hier oh ist die ach das ist so wir sollen sie aus sicherer Entfernung ausspähen wir haben Feuerfreigabe aber nur wenn es die Situation verlangt ich ahne bereits die Situation wird es verlangen das will ich hoffen so hier schulter so die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen bitte macht es euch bequem so ich hasse diese Dinger wo du nur 1500 EP bekommst und 2 Gold oder was ne ja die nerven diese Mini-Dinger ey ich ähm hm 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 ich verstehe kaum noch mehr als Missionen und rote Hemmat bei Abbrücken hm 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 und vor der Uralp-Pilz, Ladewilzschirn mhm cool, ne? richtig Vanilla, ey mhm was ist jetzt? oh, oh oh, jetzt lädt er schon wieder irgendwas hat er geladen und dann nochmal geladen bei dir? mhm ja ok, bei mir auch muss ich meinen Charakter gar nicht benutzen äh, ja ich bin gespannt, wie es gleich weiter geht die 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 die